Das Licht kann euch gebrauchen. Wir marschieren zur Rettung unserer Brüder und Schwestern, die den schändlichen Kultisten zum Opfer gefallen sind, die in den östlichen Ruinen lauern. Normalerweise würden wir keine Söldnerinnen anheuern, aber ich habe geschworen, jede Hilfe zu schicken, die ich finden kann. Was meint ihr? Wollt ihr mit uns siegen? Na schön. Ausgezeichnet. Das Licht wird euch nicht vergessen. Kreuzritter Berold in den östlichen Mooren hat die Befehle für euch. Das kann ich hier nicht tun. Nein. Behold, unsere oberste Priorität ist die Rettung unserer Brüder und Schwestern. Sobald sie in Sicherheit sind, vertreibt ihr alle Ketze aus den Ruinen. Doch gebt Acht, hinter den Mauern lauert etwas Unnatürliches. Das l軍 dasi in den Rettung der Brüder und Schwestern. Doch jetzt gibt es ein Rettung des Schwestern. mehr in den Rettung.